Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Innenstadt. Eine Frau hat mit einem Stein die Scheibe des SPD-Parteibüros am Großflecken 75 eingeschlagen. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Die Tatverdächtige konnte kurze Zeit später am Rathaus angetroffen werden. Das Tatmotiv ist noch unklar. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geschrieben. Witzelin Viertel. Bei einem Unfall an der Kreuzung Bismarckstraße Kieler Straße ist eine 63-jährige Frau schwer verletzt worden. Offenbar hatte der Fahrer eines Lasters die Radfahrerin beim Abbiegen von der Bismarck in die Kieler Straße übersehen und sie mit der Zugmaschine erfasst. Die Frau erlitt Verletzungen an beiden Beinen und wurde nach ihrer Bergung durch die Berufsfeuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Kieler Straße wurde zwischen der Gutenbergstraße und Anscharstraße vollgesperrt. Wittorf. In der Blau-Weißenburg in Wittorf am Würenbeeksweg 37 gibt es neue Angebote. Der Zockertreff für Teenies findet montags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Es geht dann um Playstation, Wii etc. Das kostenfreie Angebot ist für Schüler der 4. bis 7. Klasse. Girls Only erheißt es für Mädchen derselben Altersgruppe montags von 17 bis 18 Uhr. Es handelt sich um ein Vereinsangebot. Auf dem Programm stehen Fitness, Volleyball, Videoclipdancing und Bull. Videoclipdancing wird auch am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr für Schüler der 4. bis 7. Klasse kostenfrei angeboten. Die Schüler müssen jeweils die Testbescheinigung der Schule mitbringen. Die Krabbelgruppe Papa und Mama Treff kommt montags von 14.30 bis 16 Uhr zusammen. Dort gibt es einen kostenfreien Erfahrungsaustausch und Hilfestellung für Mama und Papa. Die Besucher vom Papa und Mama Treff müssen die aktuellen persönlichen Daten angeben und einen Schnelltest vor Ort machen. Falderer. Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke Neumünster das Glasfasernetz in Falderer ausbauen. Es ist der achte Stadtteil, der angeschlossen wird. Derzeit läuft ein Aktionszeitraum bis 31. Juli. In diesem Zeitraum ist es möglich, online einen Vertrag abzuschließen. Während des gesamten Aktionszeitraumes ist der Anschluss samt 20 Meter Leitung auf dem eigenen Grundstück statt der sonst anfallenden 990 Euro kostenlos. Für eine individuelle Beratung sind Mitarbeiter der Stadtwerke zu den Servicezeiten im Restaurant Casablanca, Eendorfer Straße 207 B, anzutreffen. Servicezeiten vom 19. Februar bis 30. Juli sind Montag und Mittwoch 16 bis 19 Uhr sowie Sonnabend 9 bis 13 Uhr. Wer zu Hause beraten werden möchte, vereinbart per Telefon 043212024547 einen Termin. Böckler-Siedlung. An der Ecke Rohnstraße Georg-Fug-Straße entsteht ein neues Ärztezentrum. Eine Fachzahnärztin für Kieferorthopädie hat die ehemalige Unterkunft des Technischen Hilfswerks gekauft und will dort ihre Praxis am 1. April eröffnen. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten in dem rund 1000 Quadratmeter großen Gebäude. Sie ist in Gesprächen mit weiteren Fachärzten und möchte vor allem junge Mediziner in die Böckler-Siedlung holen. Innenstadt. Die Sanierung des Radwegs auf dem Großflecken soll beginnen. Rund 100.000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Vorgesehen ist, dass die Kanten des Radwegs glatt ausgefräst werden, das Granit-Kleinpflaster herausgenommen und durch rot eingefärbte Betonsteinpflaster ersetzt wird. Die Betonsteine haben das Maß 20 mal 20 Zentimeter. In den Verschwenkungen am Rathaus und vor dem ehemaligen Karstadtgebäude kommen kleinere Betonsteine von 10 mal 20 Zentimetern zum Einsatz, um die Fugenbreite nicht zu groß werden zu lassen. Vorgesehen sind die Arbeiten von Ende März bis zum Sommer. Stadtgebiet. Das Projekt Vielfalt versprühen. Finde deine Farben. Das AWO Stadtverbandes Neumünster startet durch. Zur Motivfindung findet in jedem der Quartiere ein Workshop statt. Unter Begleitung und Anleitung von professionellen Streetart-Künstlern erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam die Motive und bringen sich und ihre Ideen kreativ bei der Umsetzung auf den Flächen ein. Die Kunstaktionen bieten die einmalige Gelegenheit, Pinsel und Sprühdose unter professioneller Anleitung in die Hand zu nehmen und eine Fläche in Neumünster mitzugestalten. Für die Entstehung und Umsetzung der Motive werden Bürger aus Neumünster und Umgebung gesucht, die Lust haben, sich kreativ einzubringen und Streetart kennenzulernen. Die Teilnehmer brauchen keine Vorkenntnisse oder besonderes künstlerisches Geschick. Weitere Infos unter www.awo-neumünster.de, Anmeldungen per E-Mail an lena.dost.atawo-neumünster.de. Das waren die Nachrichten aus Neumünster. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.